Dann herzlich willkommen zu unserem ersten Interview der Finding-Answer-Summit 2024 zum Thema KI. Vor allen Dingen an alle herzlich willkommen, die gerade eben bei unserer ersten Session noch nicht dabei waren. Und wir beschäftigen uns in der nächsten halben Stunde mit KI auf jeden Fall. Und für mich so in der Vorbereitung auf unseren Gast war es ganz spannend, noch mal zu überlegen, wie war denn KI-Thema gerade im Marketing, in der Marktforschung, bevor der Chat-GPT-Hype losging. Und irgendwie geisterte das Wort immer rum. Auch wir bei Dialego haben ein bisschen was mit KI gemacht. Und klar war es immer mal Thema, aber man beschäftigte sich dann doch nur so sporadisch damit und nicht so, wie man das jetzt tut. Das hat dann doch noch mal vieles umgewälzt und plötzlich ist es das Thema. Und ja, wir sind uns mittlerweile alle relativ klar darüber, dass es auch die Marktforschung, das Marketing verändern wird und dass wir da ein Werkzeug an die Hand bekommen, was unsere Gegenwart schon verändert und was auch die Zukunft verändern wird. Und dann ist aber die große Frage, die sich aus meiner Sicht jetzt stellt, wie navigieren wir durch diesen Dschungel der Ansprachmodellen, die es gibt, an Kosten, die entstehen, an Datenschutzaspekten, aber auch einfach an verschiedenen Technologien, die man auch erst mal verstehen muss. Und dafür haben wir heute in den nächsten 30 Minuten einen Experten hier, der sich nämlich nicht erst seit dem Hype mit KI beschäftigt, sondern ja, auch schon länger mit KI und mit Sprachmodellen und dazu ganz viel drüber weiß. Ich habe ihn kennengelernt bei der Succeed im letzten Jahr, habe einen Workshop von ihm besucht und war ganz begeistert davon, was ich da alles noch erfahren konnte. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass wir Paul Simmering heute zu Gast haben, Leiter des Data Science Teams von Q, der Agentur für Forschung, der auch schon, ja, du hast, glaube ich, selbst gesagt, über fünf Jahre Erfahrung in der Entwicklung von cloudbasierten und KI-gestützten Datenpipelines. Und ich bin total froh, dass du uns heute einen Einblick gibst. Herzlich willkommen, Paul. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Und ich möchte dich als erstes fragen. Ich habe gerade schon gesagt, du beschäftigst dich schon länger als mit KI, als die meisten von uns wahrscheinlich. Was hat dich daran fasziniert? Warum beschäftigst du dich damit? Ich beschäftige mich primär mit KI, die Texte verarbeitet. Und ich finde daran faszinierend, dass sie ganz viele Informationen zugänglich macht für statistische Auswertungen, die vorher nicht zugänglich war. Also ganz viele Informationen, besonders im Internet, sind in Textform. Mit denen kann man prinzipiell erstmal nur manuell umgehen. Also sie lesen, codieren und so weiter. Aber das skaliert halt nicht besonders gut. Und textbasierte KI gibt die Möglichkeit, diese Daten zu strukturieren und dann deutlich mehr Daten zu nutzen. Ja. Und was war dann, wie war für dich so der Moment, als du dann das erste Mal Zugriff hattest auf Chat-CPT? Warst du noch überrascht und warst auch so fasziniert, wie ich das war? Oder dachtest du dir, das ist jetzt der nächste logische Schritt, den du erwartet hast? Also ich war schon gehypt, als es rauskam. Und ich war auch überrascht, was auf einmal möglich war. Ja. Ich habe auch gleich alle möglichen Sachen ausprobiert und habe stundenlang mit Chat-CPT und den ersten Klonen gechattet und verschiedene Sachen ausprobiert, Rollenspiele ausprobiert, geschaut, ob es Aufgaben kann, die ich mit anderen Modellen sonst gelöst hätte. Also war auch für mich eine große Faszination am Anfang. Cool. Und würdest du auch sagen, das ist so der perfekte Einstieg, einfach mal damit herumspielen, herumexperimentieren? Weil so ging es mir auch. Man überlegt sich dann, oh, was kann das jetzt alles? Und man fängt einfach an, irgendwelche Use Cases, was auch immer, einfach mal auszuprobieren. Würdest du jetzt sagen, für diejenigen, die vielleicht noch so gar nicht in Berührung gekommen sind, das sind wahrscheinlich wenige, aber noch nicht viel gemacht haben, einfach mal machen und ausprobieren? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch einer der großen Vorteile gegenüber der vorherigen Generation von KI-Modellen, dass man mit Chat-CPT ohne irgendwelche technischen Kenntnisse und auch ohne eure Hardware und so weiter direkt starten kann und chatten kann, als wäre es ein Mensch. Und das ist, glaube ich, die niedrigste Barriere, die es je gab, um mit KI zu interagieren und ja, definitiv empfehlenswert, das auszuprobieren. Und jetzt reden wir ja auch viel über Marktforschung. Wo siehst du denn aktuell so den größten Nutzen für die Marktforschung? Ich denke, viele von den Sachen, über die gesprochen werden, die rauskommen, gehen in Richtung Effizienzverbesserung. Also Aufgaben, die vorher von Menschen erledigt wurden, durch KI zu erledigen, zum Beispiel verschiedene Textanalysen. Alle anderen Sachen, die immer auch inhaltlich eine andere Perspektive oder einen ganz neuen Ansatz oder sowas bieten, sind noch nicht ganz so ausgereift wie die Effizienzverbesserungsmaßnahmen. Kannst du da ein paar Beispiele nennen, an was du da denkst, was noch nicht so ausgereift ist? Zum Beispiel könnte man Interviewer ganz oder teilweise durch Chatbots, die auch mit Stimme funktionieren, ersetzen. Oder man könnte virtuelle Befragungen durchführen. Aber in beiden Fällen gibt es immer noch an vielen Stellen vielleicht Qualitätsfragen, ob das schon einsatzbar ist. Auf dieses Thema virtuelle Befragte wollte ich eh nochmal eingehen, weil ich das Gefühl habe, das polarisiert im Moment so. Und manche sagen schon, man wird alles mit virtuellen Befragten machen. Und manche sagen, nee, es werden auf jeden Fall die echten Menschen bleiben. Was glaubst du denn, was steckt aktuell dahinter? Gibt es aktuell schon Anwendungsfälle? Und wird es in Zukunft so sein, dass wir dann doch ganz viel mit virtuellen Befragten machen? Mein aktueller Eindruck ist, dass es noch nicht möglich ist, für ein Marktforschungsprojekt es komplett nur mit virtuellen Befragten durchzuführen und die gleiche Qualität zu erreichen, wie als wenn man echte Befragte hätte. Aber es gibt viele Anwendungsfälle, die davor und danach oder ergänzend sein können. Also zum Beispiel, um einen Interviewleitfaden zu testen oder eine Umfrage zu testen, macht das komplett Sinn. Oder man könnte, wenn einnehmende bestimmte Antworten übersprungen haben, könnte man Imputationen durchführen und die KI dazu nutzen, diese fehlenden Antworten wiederherzustellen. Man könnte auch, wenn man schon einen Datensatz hat, zum Beispiel von einer Umfrage, könnte man damit ein Modell trainieren und weitere ähnliche Antworten damit generieren. Wenn man das komplett ersetzt, habe ich den Eindruck aus meiner Literaturrecherche auch zu dem Thema, dass es noch einige Biases gibt, die mit reinspielen. Zum Beispiel, dass Modelle typischerweise nicht so diverse Antworten geben wie Menschen und dass es auch bestimmte politische Biases gibt, dass die Modelle tendenziell ein Kalifornier-Mindset in sich drin tragen und auch ein Spiegel der Entwickler sind und der Organisationen, die diese Modelle gebaut haben und deshalb nicht unbedingt alle Leute repräsentieren können. Ja, ganz wichtiger Punkt. Ich frage mich dann manchmal, ist es vielleicht auch so eine Effizienzfrage oder eine Frage von gut genug, bevor man jetzt gar keine Marktforschung macht? Macht man dann was mit der KI, macht man was mit virtuellen Befragten, um zumindest mal so ein bisschen eine andere Perspektive zu bekommen? Aber es ist auch gefährlich, wenn man dann halt so eine gebiaste Perspektive nur bekommt. Und ich glaube, da braucht es einfach auch unseren gesunden Marktforschungsverstand, den wir auch sonst einsetzen, um zu wissen, passt der Useguest jetzt dazu und welche Beschränkungen habe ich dann dadurch? Genauso wie wenn ich nur bei Facebook eine Umfrage machen lasse. Also so vergleiche ich es manchmal. Aber ich finde es ganz einfach gut, auch darüber nachzudenken, weil irgendwer wird auf jeden Fall auf die Idee kommen, mit virtuellen Befragten Marktforschung zu machen. Und wahrscheinlich sind es dann noch nicht mal die bisherigen Marktforschungsplayer, sondern andere, die das dann auch anbieten. Das stimmt, ja. Meine Meinung bezieht sich auch nur auf den Status Quo. Also in ein paar Jahren kann das durchaus ganz anders aussehen. Und ich denke derzeit, die Modelle, die viel benutzt werden, zum Beispiel die von OpenAI, sind darauf trainiert, wie Assistenten zu arbeiten. Und wurden darauf trainiert, Antworten zu geben, die gefallen, die also gegenüber anderen Antworten höher bewertet werden. Und das ist ja nicht unbedingt das Ziel, was man bei repräsentativer Marktforschung verfolgt und das ja auch die Teilnehmer nicht unbedingt verfolgen. Das heißt, wenn man Modelle baut, die nicht zum Ziel haben, als Assistenten zu arbeiten, sondern zum Ziel haben, realistisch das zu sagen, was zum Beispiel eine Person sagen würde, die einer bestimmten Beschreibung entspricht, bestimmtes Alter, Geschlecht, Einkommen und so weiter, dann könnte man viel näher daran kommen. Das heißt, um dahin zu kommen, sehe ich den Weg aber wieder darin, Daten über echte Befragte zu nehmen, zum Beispiel Umfrageantworten dazu oder Social Media Daten oder andere Informationen über echte Konsumenten, um dann darüber ein Modell zu trainieren. Ja, total wichtig. Auch dieses Gefallen wollen, weil das stelle ich auch fest, wenn man jetzt irgendwie schon mal eine KI, ein Verpackungsdesign, den Anwendungsfall hatten wir eben in der ersten Session. Wir haben Verpackungsdesigns entwickeln lassen über eine KI und haben die dann wieder in unser Persona-KI-Tool reingegeben. Und da ist es aktuell noch so, dass immer alles gefällt und alles super ist und dann wird vielleicht mal ein möglicher Kritikpunkt geäußert. Aber ja, dieses Gefallen wollen ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Gehen wir mal weg von den virtuellen Befragten hin zur Textanalyse, so deinem Steckenpferd auch. Glaubst du, es gibt noch Gründe aktuell, warum man in der qualitativen Marktforschung keine KI-Textanalyse einsetzen sollte? Ich denke, wenn man äußerste Qualitätsansprüche hat, ist es weiterhin am besten, alles menschlich zu machen. Also die Interviews auf jeden Fall, aber auch die Transkription und auch die Auswertung und so weiter, wenn die Ansprüche am allerhöchsten sind. In der qualitativen Marktforschung sehe ich KI als reine Effizienzmaßnahme. Aber es gibt natürlich ab dem Interview in jedem Schritt der Auswertung die Möglichkeit, KI einzusetzen. In der quantitativen Marktforschung, gerade in der Social-Media-Forschung, sehe ich KI als unausweichlich. In der qualitativen eher als optionalen Effizienzbooster. Und was funktioniert da schon gut und wo sind die Herausforderungen, warum du sagst, die Qualität reicht vielleicht noch nicht aus oder erfüllt nicht den höchsten Qualitätsanspruch? Ich denke, dass die Person, gerade die Person, die selber das Interview geführt hat, weil sie im selben Raum mit der befragten Person war und alles wahrgenommen hat, die Körpersprache wahrgenommen hat, sich selber den Interviewleitfaden vielleicht auch überlegt hat. Und einfach so stark im Projekt drin ist, gibt es noch viel, das implizit kommuniziert wird, dass man später durch ein automatisches Transkript dann am Ende doch verlieren kann. Aber als Effizienzunterstützung, also ich sehe es häufig auch als Unterstützung dann in der qualitativen Marktforschung, also dass man schon mal eine erste Zusammenfassung bekommt, dass man vielleicht mal rauslesen kann, was waren denn so die wichtigen Themen, sich auch nochmal selber abgleichen kann als qualitativ Marktforschender und dann aber nochmal tiefer reingeht und einfach das als Werkzeug nutzt, um selber ein bisschen effizienter zu werden und mehr Zeit hat, in die Tiefe dann auch zu gehen. Absolut, ja. Ich denke auch in der Praxis ist man in der Marktforschung häufig eher bei einem 95% Anspruch als bei einem 100% Anspruch. Kunden haben begrenzte Budgets und wenn man in das eine zu viel investiert, kann man weniger in anderen Sachen forschen. Dementsprechend halte ich in der Tat Transkription, automatische Zusammenfassungen, automatisches Kodieren von Nennungen, von Marken, Produkten, Gefühlen, Situationen und so weiter für äußerst sinnvoll für die allermeisten auch qualitativen Projekte. Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben und ich mache da aktuell noch nichts, wie kann ich denn überhaupt damit anfangen? Also was wäre so ein Ratschlag für dich? Wie kann ich anfangen mal qualitative Marktforschung zum Beispiel auszuwerten mit KI? Was muss ich dabei beachten? Was sind so die ersten Schritte? Ich denke für Personen, die keinen Hintergrund in Programmieren und so weiter haben, gibt es reichlich Tools auf dem Markt, bei denen man sich diesen Schritt natürlich komplett sparen kann. Es gibt viele verschiedene Anbieter für Transkription und für Textanalyse. Ich möchte jetzt keinen bestimmten irgendwie hervorheben. Einfach mal einen ausprobieren für Transkription, Audiodatei. Vielleicht, wenn es irgendwelche Datenschutzbedingungen gibt, einfach selber ein Gespräch aufnehmen, mit Kollegen oder Kolleginnen zusammensetzen, einfach mal zehn Minuten über ein Thema sprechen. Das in so ein Tool hochladen und einfach mal schauen, was das Tool bietet. Und wenn das erste Tool nicht gut genug ist, das nächste ausprobieren. Es gibt reichlich Alternativen auf dem Markt und ich glaube, nichts schlägt dieser Erfahrung, es selber mal aus zur Ruhe zu haben. Und das heißt, du würdest auch sagen, weil man könnte ja jetzt sagen, okay, ich habe dann meine Transkription und dann schmeiße ich das einfach mal in ChatGPT und sage, fass mir das zusammen. Ist ChatGPT da jetzt mal abgesehen von Datenschutz immer das Mittel der Wahl aktuell oder würdest du sagen, nee, schaut euch lieber mal spezifische Tools an, die dann auch vielleicht genau für solche Anwendungsfälle gebaut wurden? Beides sind gut gangbare Wege. Mit ChatGPT würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Plus-Version zu nutzen, weil der Unterschied zwischen dem Modell GPT 3.5 und GPT 4 ist wirklich sehr groß. Also es ist ein Unterschied zwischen vielleicht einem Achtklässler und einem Bachelor-Absolventen. Und man kann es vielleicht so als Assistenten oder als Praktikanten sehen von der Art der Aufgaben, die so eine Person oder in dem Fall der Bot übernehmen kann. Man kann sich überlegen, ob man einen Achtklässler oder einen Bachelor-Absolventen einstellen würde. Und dementsprechend lohnen sich, glaube ich, diese 23 Euro im Monat komplett. Damit kann man ganz viel ausprobieren und ist halt total flexibel, weil jede Aufgabe ganz gut damit erstmal lösbar ist. Und wenn GPT 4 es gar nicht kann, ist es unwahrscheinlich, dass die anderen das auch können. Also GPT 4 ist derzeit in allen Benchmarks das führende Modell. Dementsprechend, wenn es damit nicht geht, ist es unwahrscheinlich, dass es mit den anderen geht. Es gibt andere, die langsam an den Benchmarks kratzen und teilweise schon sagen, in diesem Bezug sind wir besser, in diesem Bezug sind wir besser. Aber durch die Zugänglichkeit würde ich als erster Anlaufsteller GPT 4 empfehlen. Super. Wenn man jetzt so ein bisschen über das Experimentalstadium hinausgeht, dann spielen auch irgendwann eine Kosten eine Rolle. Das habe ich nochmal auch von dir mitgenommen, als du deinen Workshop hattest bei der Succeed. Was muss man da beachten? Also wenn man dann irgendwie richtig ins Tun kommen möchte, was muss man wissen zu Kosten? Vielleicht kannst du das einmal so ganz grob erklären. Es gibt drei verschiedene Kostenmodelle, würde ich sagen. Das erste Kostenmodell ist do-it-yourself. Das heißt, man braucht selber einen Server, auf der aktuelle Grafikkarten, auf dem aktuelle Grafika installiert sind und lässt darauf selber Open-Source-Modelle laufen. Das ist dann typischerweise einfach eine Frage der IT. Kann man sich in der Cloud mieten zwischen 2 Euro und 10 Euro pro Stunde, je nach Grafikkarte und Modell. Es gibt ganz, ganz viele Techniken, wie man Modelle quasi vereinfachen kann, um sie auch auf kleineren Rechnern laufen zu lassen. Das ist die Variante, die vielleicht am meisten Hardcore-Technikwissen erfordert. Dann gibt es die Möglichkeit, über Programmierschnittstellen oder wird auch API genannt, auf diese Modelle zuzugreifen. Und da werden sie danach bepreist, wie viele Input- und Output-Tokens es gibt. Und ein Token ist ein Wort oder auch kein Teilwort, wenn man jetzt ein ganz langes Wort hat. Und da geht es wirklich darum, wie viel Text wird verarbeitet. Das heißt, wenn man in einer qualitativen Marktforschung ist, also wenn der Text in irgendeiner Form menschlich produziert ist, speziell für diesen Zweck, hat man selten so viel Text, dass das wirklich ins Gewicht fällt. Wenn man in Social Media arbeitet, würde ich sagen, alles unter vielleicht 100.000 Beiträgen ist auch wieder von den Kosten, wiegt einfach nicht so viel. Es wird schwer, mehr als ein paar hundert Euro auszugeben. Wenn man in die Millionen skaliert, dann werden besonders Modelle wie TPT4, also die größten Modelle, durchaus enorm teuer. Dann können das durchaus fünf- und sechsstellige Beträge sein. Und dann lohnt es sich, kleinere, effizientere Modelle zu nehmen. Und die dritte Variante ist ganz individuell, je nach Anbieter. Also wenn man quasi eine Verpackung bekommt für, es gibt ja viele Anbieter, die im Grunde OpenAI-Modelle oder andere Open-Source-Modelle in irgendeiner Form verpacken, weiterverarbeiten und dann ein eigenes Pricing erfinden. Das ist dann ganz abhängig vom Anbieter, was das kostet. Ja, es ist auf jeden Fall gut, das auf dem Schirm zu haben und zu beachten. Und ja, am Ende bin ich auch immer dann überrascht, wie günstig es dann doch ist, in vielen Fällen. Also wie du sagst, wenn es dann irgendwann sehr skaliert, dann muss man sich über die Kosten Gedanken machen. Vorher fällt das gar nicht so ins Gewicht. Es gibt noch so ein anderes Thema, das mich zumindest immer umtreibt, wenn ich auch mit unseren Kunden im Gespräch bin. Das ist Datenschutz. Und du hast ja im Vorgespräch gesagt, du bist kein Rechtsexperte. Darauf will ich auch gar nicht hinaus. Aber du wirst ja auch Erfahrungen damit haben, wenn du dann auch mit KI arbeitest und mit den Modellen, was deine Kunden dazu sagen. Wie löst ihr das? Wie kommuniziert ihr, mit welcher KI ihr arbeitet und was mit den Daten passiert? Es kommt auf die Bedürfnisse des Kunden in den Bezug, deren interne Richtlinien dazu. Das ist durchaus unterschiedlich. Zum Beispiel Pharma hat zum Beispiel strengere Regeln typischerweise als Konsumgüter. Und bei den Daten kommt es dann auch darauf an, ob diese Daten öffentlich verfügbar sind oder ob die Daten interne Daten sind oder Daten sind, die speziell dafür erhoben wurden. Dann kommt es auch darauf an, unter welchen Bedingungen oder für welchen Zweck diese Daten erhoben wurden. Und je nach diesen ganzen Gegebenheiten gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die simpelste Möglichkeit ist meistens, einen API-Anbieter zu nutzen. Es kann OpenAI sein, aber kann auch ein Anbieter sein wie Google Cloud Plattformen oder Amazon Web Services. Man kann dazwischen einen Anonymisierungsschritt schalten. Der kann manuell sein. Es gibt auch Modelle, die wiederum anonymisieren können, die dann auch lokal laufen können. Und es gibt auch die Möglichkeit, die Daten komplett beim Kunden zu lassen und die Modelle lokal dort auszuführen. Oder zu sagen, wir nehmen zum Beispiel nur Server, die in Deutschland sich befinden. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, eigentlich quasi jeder Situation von Anforderungen gerecht zu werden. Der Aufwand steigt natürlich typischerweise, wenn die Anforderungen steigen. Okay, also das ist dann ein Thema, wie hoch sind die Anforderungen, die Datenschutzanforderungen und wie viel möchte man am Ende auch dafür ausgeben? Also wie hoch ist der Aufwand, das dann auch zu erfüllen? Wie ist es denn, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte unbedingt mit Chat-GPT arbeiten, mit GPT-4, weil ich denke, das löst am besten oder passt am besten zu den Bedürfnissen. Gibt es denn da eine Möglichkeit, das datenschutzkonform zu machen, so dass, ja, die meisten Kunden sagen würden, ja, das ist okay für uns? Es kommt prinzipiell auf die Art der Daten an. Wenn die Daten nicht unter die DSGVO fallen, dann ist der Fall eigentlich ziemlich simpel. Dann gibt es kaum Einschränkungen, was mit diesen Daten gemacht werden kann. Wenn die Daten nicht für diesen Zweck zur Verarbeitung mit KI in irgendeiner Form erhoben wurden oder wenn die Daten zum Beispiel Deutschland nicht verlassen dürfen aus irgendeinem Grund oder sowas, dann wird es problematischer. Es gibt von Microsoft Azure die Möglichkeit, OpenAI-Modelle in Europa laufen zu lassen. Das heißt, dort kann man dann auch eine entsprechende Vereinbarung mit Microsoft schließen. Das heißt, man kann durchaus auch mit GPT-4 DSGVO-konform Daten verarbeiten. Ja, super. Bevor ich die letzte Frage an Paul, meine letzte Frage an Paul stelle, an euch nochmal die Aufforderung, schreibt gerne eure Fragen. Ein paar haben es auch schon getan in Fragen und Antworten oder in den Chat. Dann kann ich die gleich noch stellen. Und meine letzte Frage an dich ist, wie siehst du denn so die Zukunft? Also was wird so das nächste Ding sein oder der nächste Use Case, auf den du dich vielleicht schon freust? Gibt es da irgendwas, wo du denkst, ja, das wird jetzt noch so gut werden. Da wird noch was entstehen, womit du gerne arbeiten möchtest. Gerade sind multimodale Modelle auf jeden Fall ein Trend. Das heißt, Modelle, die nicht nur Text verarbeiten können, sondern auch Bilder bearbeiten können, verarbeiten können. Und die geben, die machen quasi so, wie Textverarbeitung durch Chat, GPT und ähnliche Sprachmodelle zugänglicher geworden ist, machen die Bildverarbeitung zugänglicher. Die vorherigen Bildverarbeitungsmodelle waren primär auf Segmentierung aus oder auf Klassifizierung, aber haben halt nicht die Möglichkeit gegeben, mit dem Bild zu chatten oder zu fragen, was ist auf dem Bild oder halt viel flexibler damit umzugehen als die vorherigen Modelle. Auch bei Text war es ja schon möglich, sehr viel darüber herauszufinden, zum Beispiel zu klassifizieren, Entitäten im Text zu finden, das Sentiment einzuschätzen und so weiter. Aber man brauchte für jede Sache ein eigenes Modell. Und eine ähnliche Entwicklung sehe ich bei den multimodalen Modellen, die jetzt auch Bilder verarbeiten können. Es gibt natürlich in der Marktforschung auch wieder neue Zugänge, zum Beispiel, dass Teilnehmende in einer Studie zum Beispiel Fotos machen könnten von den Produkten, die sie kaufen oder wie sie die Produkte lagern oder wo sie die Produkte nutzen und so weiter. Oder auch Social-Media-Bilder könnte man damit auswerten. Und ich denke, das wird auf jeden Fall weitergehen. Und wenn Modelle effizienter werden, muss man ja auch die ganze Zeit sehen, die Preise gehen runter und die Latenz, also wie lange das Modell braucht, um eine Antwort zu liefern, geht auch runter. Da wird es auch möglich sein, ich gehe davon aus, Videos auf diese Weise zu befragen. Und das gibt natürlich Zugang zu nochmal ganz enorm viel Informationen, die derzeit nur sehr schwer analysierbar sind. Ja, das ist echt super spannend. Da fallen mir direkt auch Use Cases ein, die man da in der Marktforschung, wofür man das in der Marktforschung nutzen könnte, auf jeden Fall. Du hast gerade noch ein Thema, habe ich noch, weil du das Stichwort genannt hast, Sentiment. Ich finde, Sentiment ist so in der Textanalyse so ein ewig währendes Thema, wo ich immer früher gesagt habe, das funktioniert noch nicht gut genug, wir lassen es lieber ganz. Hat sich da viel getan? Also ist es so, dass man mittlerweile eine ausreichend gute Sentimentanalyse machen kann? Ich denke, dass ein dafür gefeintunendes Modell in der Lage ist, das so gut zu machen, wie jeder Mensch das machen könnte. Oder wie auch ein Experte-Analyst das machen könnte. Allerdings ist, glaube ich, häufig eine Erwartung an die Sentimentanalyse da, dass man einfach irgendeinen beliebigen Text da reinstopfen kann und dann eine sinnvolle Antwort darüber bekommt. Aber ich denke, es ist häufig eine Frage von, wie man diese Frage stellt. Wenn man zum Beispiel Kundenbewertungen auswertet, gibt es eine ganz klare Sache, also was bewertet werden soll. Dieser Kunde hat dieses Produkt oder diesen Service oder diesen Laden bewertet und hat es auch mit dem Ziel geschrieben, zu sagen, was denn daran positiv oder negativ ist. Da kann man in die aspektbasierte Sentimentanalyse. Aber jetzt einen ganz beliebigen Social-Media-Text in die Sentimentanalyse zu tun, gerade wenn da mehrere Themen vorkommen, wenn unklar ist, wer das genau beschrieben hat, worauf sich das genau bezieht, wird man auch bei Menschen, wenn drei verschiedene Analysten das lesen, wahrscheinlich drei verschiedene Meinungen darüber haben, wie das genau zu interpretieren ist. Das heißt, auf technischer Ebene würde ich sagen, Sentimentanalyse funktioniert. Aber auf inhaltlicher Ebene muss man die Frage auch so stellen, dass man eine verlässliche Antwort bekommen kann. Ja, sehr guter Hinweis. Schon mal vielen Dank, aber wir haben auf jeden Fall noch weitere Fragen. Einmal, ich glaube, die Frage haben wir schon beantwortet zum Datenschutz. Das kam wahrscheinlich schon vorher. Dann haben wir die Frage, was glaubst du, wie viel Prozent der Kosten durch KI in der Marktforschung eingespart werden können oder wird es gar nicht günstiger? Eine einfache Frage. Ich könnte jetzt nicht einfach sagen, 20 Prozent oder sowas. Wenn ich jetzt durch ein Projekt denke, gibt es, ich denke mal durch ein ganz generisches Projekt, weil ich jetzt keine Antwort geben möchte, die irgendwie nur so eine Prozentzahl, aber ich will mich auch nicht raushören, gar keine Antwort geben. Dementsprechend versuche ich mal, das ganz prototypisches Projekt zu überlegen. Das Management des Unternehmens hat, glaube ich, keine echte Veränderung. Auch das Management von Kundenbeziehungen, denke ich, wird sich recht wenig verändern, weil da doch so viel auf der persönlichen Ebene passiert. Ganz viele Fixkosten, die halt im Unternehmen entstehen, werden sich auch nicht verändern. Die Rekrutierung, Inzentivierung, sich auch relativ wenig verändern. Bei der Analyse und gerade bei, ich sage mal, Tätigkeiten, die tendenziell von Junior-Mitarbeitern durchgeführt werden, gibt es durchaus Einsparpotenzial. Und in der Ergebniserstellung, jetzt zum Beispiel in PowerPoint oder in Excel, sehe ich auch durch die Möglichkeit von Co-Pilot ein Einsparpotenzial. Also wenn ich das jetzt super grob beziffern wollte, dann würde ich sagen zwischen 10 und 20 Prozent. Danke, das war dann doch sehr konkret, finde ich, für die schwierige Frage. Ich wüsste es auch nicht. Ich finde, wir müssen da auch immer den Gedanken mit dabei haben, können wir dann wirklich noch nach Stunden bezahlt werden, wie es ja häufig in der Marktforschung noch der Fall ist, oder muss auch der Wert von so einem Projekt bezahlt werden? Und muss es unbedingt dann auch günstiger werden nach außen hin? Also die Kosten, den Preis, den wir an sowas dranhängen? Oder schaffen wir auch Wert dadurch, dass wir uns halt mit KI auskennen und wissen, wie wir die nutzen können? Und ja, ich glaube, da wird noch eine Diskussion entstehen, ob dann alle Marktforschungsprojekte plötzlich 10 bis 20 Prozent günstiger werden müssen, nur weil KI dazwischen geschaltet wird. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wohin das führen wird. Wir haben noch eine zweite Frage. Wie groß ist das explizite Interesse eurer Kunden an KI-Lösungen? Kommt von denen eine Nachfrage oder treiben die Institute die Entwicklung an? Da gibt es durchaus Nachfrage. Also es gibt Nachfrage sogar so weit, dass Kunden einfach etwas mit KI machen wollen und wir zusammenschauen, welche Anwendungsfälle gibt es. Weil allen ist klar, dass hier eine ganz große neue Möglichkeit, eine große neue Chance geschaffen wurde und noch nicht ganz klar ist, welche Anwendungsfälle am sinnvollsten, am stärksten sind. Und man sich aber recht viel daraus erhofft. Macht es doch einfach Sinn, erst mal darüber nachzudenken, welche Marktforschung wird bisher gemacht? Wo gibt es Ansatzpunkte? Welche offenen Fragen gibt es vielleicht, die derzeit mit klassischen Methoden nicht geklärt werden konnten? Also auch das reine Interesse an der Methode ist groß. Das ist doch schön zu hören. Ich habe eine letzte Frage für dich. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit, aber die ist so nett geschrieben. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir dann wünschen, dass die KI heute schon könnte? Fällt dir dazu was ein? Sonst fange ich an. Das kann man natürlich sehr philosophisch ankenken. Gibt es sicherlich Sachen. Aber aus dem reinen, jetzt konkreten, was ich gerne als nächstes hätte, Videoanalyse, mit der ich chatten kann. Cool, ja. Bei mir ist noch so der Traum, ich sammle Daten, quantitative Daten und habe auf Knopfdruck ein Dashboard oder einen fertigen Bericht. Das ist jetzt weg von der Textanalyse, aber ich glaube, das ist noch so ein Pain an Fleißarbeiten, die dann doch immer noch entstehen, dass man das noch ein bisschen mehr automatisieren könnte. Super, vielen Dank, Paul, für deine Einsichten in 30 Minuten. Falls ihr im Nachhinein noch Fragen habt, dann meldet euch gerne. Wir stellen auch gerne den Kontakt zu Paul her, falls ihr noch mehr mit ihm in Diskussion gehen möchtet. Und ja, ich freue mich. In einer halben Stunde geht es weiter mit Karin Hagemann von S-Communication Services. Mal die Sicht der betrieblichen Marktforschung, das wird bestimmt auch super spannend. und seid gern wieder dabei. Und ja, bleibt neugierig. Bis bald. Danke, Paul. Vielen Dank auch. Danke, Paul.